Gut, dann gibt es natürlich noch den konsonantischen Auslaut und dort gilt generell, dass diese konsonantischen Endungen kurz sind, außer es handelt sich um die Endungen AS, beispielsweise beim Wort Puellas, oder es handelt sich um die Endung ES, beispielsweise Senatores, oder es handelt sich eben um Endungen der Form OS, dann wie beispielsweise bei Dominos ist auch diese Endung lang. Auch hier gibt es Ausnahmen, auch zum Beispiel was ES betrifft, dazu gleich mehr. Ausnahmen sind vor allen Dingen dann zu beobachten, wenn ein Wort nicht auf ES endet, das gibt es ja auch, dann stellt sich die Frage, wie ist es da mit den Vokalen, sind die lang oder kurz? Bei einsilbigen Wörtern auf R und L, wie zum Beispiel Kur oder Fuhre oder Sol oder Saal, sind die Vokale lang. Genauso sind die Vokale lang bei Worten, die durch Apokope verkürzt wurden. Apokope, wenn wir jetzt das Beispiel Dick oder Duk nehmen, das sind ja die Imperative von Dickere und Dukere, da bedeutet Apokope das Wegschlagen des eigentlichen Endvokals, denn eigentlich ist der regelmäßige Imperativ von Dickere, Dicke, aber dieses E ist nicht da und durch dieses Wegschlagen des Es wird eben dieser Vokal I von kurz lang und so auch bei Dukere. So, dann gibt es noch Zusammensetzungen mit der Endung Näh, beispielsweise En besteht aus Est-Näh und Wien besteht aus Wies-Näh, genauso Queen und Sin sind lang und auch Zusammensetzungen mit der Endung K, also CE, sind lang, Hig, Hak, Istig, Illig, da sieht man dieses CE nicht mehr, wenn man zum Beispiel Hoog hat, das ist entstanden aus Hot, H-O-D und CE, Hotke ist dann zu Hoog zusammengeschmolzen und dieses O ist eben lang geworden. Gut, dann gibt es Worte, die auf Es enden und trotzdem eben nicht den Regeln folgen, die so generell gelten, die also oben als generell angegeben worden sind, beispielsweise gibt es eben Worte, die auf Es enden, aber trotzdem nicht lang sind, obwohl sie das generell ja sind. Das sind die Fälle beispielsweise in der zweiten Person Singular Indikativ, im Imperativ des Verbes Esse ist das so, beim Wort Penis und bei den Nominativ Singular Formen der Nomina auf Es, wobei auch hier wieder Ausnahmen vorhanden sind, beispielsweise Abies, Ariies oder Paries haben dann doch ein langes E. Das sind eben Ausnahmen, die man lernen muss. Dann ist es auch bei Os so, dass nicht immer jedes Os am Ende bedeutet, dass es sich um ein langes O handelt und das ist eben gerade der Fall, wenn es sich um Neutra handelt, also Os, Kompos und Impos. Dieses Os ist also immer im Akkusativ plural lang, wenn man das mal so auf den Punkt bringen will. Weitere Ausnahmen bei der Endung Is, diese Endung ist dann lang bei Kasusendungen im Plural, also beispielsweise der Applativ Plural von Terra ist Terris. Dann in der zweiten Person Singular Präsenz Indikativ Aktiv der I-Konjugation Audis, das ist ein langes I. Genauso auch die zweite Person Singular Konjunktiv, W-Lies von Welle und dann eben noch in den Worten Lies und Wies. So, und Us ist dann lang, wenn es sich um Worte der dritten Deklination handelt, die ein langes U haben, Salus, Palus und eben im Nominativ Singular, Nominativ Plural und Akkusativ Plural der U-Deklination, also Magistratus. Was dann noch zu bemerken ist, sind griechische Worte und deren Endungen, die behalten ihre Quantität, die sie auch im Griechischen haben. Und das heißt, entweder man kennt eben das Griechische und weiß dann, wie die Endungen lang sind, oder man, gerade beim Hexameter kann man das auch machen, man schließt es eben aus dem, was man noch braucht, um den Hexameter vollständig zu machen, wie diese Endung ist, also ob sie lang oder kurz ist. Ja, und damit kann man jetzt eigentlich zu unserem Beispiel kommen, Vergil, Eklogen, 10, 1 bis 3. Wir wollen mal versuchen, eben alle Regeln anzuwenden und diese drei hexametrischen Verse zu skandieren. Zunächst einmal sieht man ja, oder beziehungsweise bevor man überhaupt skandieren kann, ist es natürlich sinnvoll zu schauen, liegen hier Hiate vor. In diesen ganzen drei Versen gibt es einen Hiat und der ist ganz am Anfang Extremum Hunk. Da haben wir UM als Endung von Extremum und HU als Anfang von Hunk und da greift jetzt eben die Regel zur Elysion. UM am Ende plus H plus Vokal, da müssen wir also elidieren und zwar eben das UM und das H fallen weg. Also Extremum Hunk dann, wenn man es liest. Gut, und damit können wir jetzt skandieren. Zunächst einmal können wir ja versuchen, das einzuzeichnen, was wir relativ sicher wissen. Also das zu bestimmen, was wir wirklich sicher wissen. Das ist zunächst einmal, dass die erste Silbe lang sein muss. Das ist ja die feste Regel im Hexameter, aber sie ist auch deswegen lang, weil auf dieses E von Extremum ein X folgt, was ja schon als zwei Konsonanten zählt. Dann haben wir sogar noch T und R, also mehr als genug. Hunk muss lang sein, weil auf das U zwei Konsonanten folgen. Dann haben wir auch noch das I von Mihi, das lang sein muss. Das hatte ich vorhin ja gesagt bei den Regeln, dass eben dieses I im Auslaut lang ist. Konkede, da ist das Kon. Die Silbe ist lang, denn es folgt auf das O ein N und ein C. Genauso ist dieses E lang, weil das Verb Konkedere heißt, also ein langes E hat an dieser Stelle. Dann wissen wir auch, wie eben dieser Hexameter am Ende aussieht. O muss lang sein von Laborem und das M, also die Endung EM ist kurz. Jetzt erstmal das, was man sicherlich so auf den ersten Blick durchaus hinbekommen kann. Dann weiß man wahrscheinlich auch noch, also ich hatte es vorhin zumindest gesagt, dass bei Mihi das erste I kurz ist. Als wir zur Kontraktion gesprochen haben, da habe ich das erwähnt. Deswegen können wir auch schon mal sicher ein bisschen mehr einzeichnen. Wir wissen zunächst einmal, also wenn dieses I hier von Mihi kurz ist, dann endet nach Mihi eben ein Versfuß. Also ist dieses I von Mihi, also von Mihi lang und hier beginnt eben ein neuer Versfuß. Das heißt, wir können nach Kon von Konkede auch abtrennen. Und dann haben wir hier hinten eben nur noch die Möglichkeit von zwei Kürzen, damit es ein vollständiger Hexameter wird. Das heißt, unser Ende ist jetzt eindeutig bestimmt. Konkede Laborem. Bei Extremum ist das ja auch so. Hier ist eine Länge, dann haben wir eine Silbe und dann folgt eine Länge. Dann können natürlich nicht mehr zwei Kürzen rein. Das heißt eben, es ist nur noch logisch und möglich, dass dieses E, das zweite E von Extremum, eine Länge ist. Also Extremung. Und dann haben wir also jetzt schon hier hinten drei vollständige Versfüße. Wir haben hier vorne einen vollständigen Versfuß. Wir wissen, bei Arethusa muss dieses U auch lang sein, denn wir haben schon zwei Kürzen. Was anderes kann da nicht mehr hin. Und damit ergibt sich eben logischerweise für Are zwei Kürzen. Dann heißt es also Extremung Arethusa Mihi Kon Kede Laborem. Das hört sich doch schon mal ganz gut nach einem Hexameter an. Die anderen Verse will ich gleich in ihrer Endversion zeigen. Klar, also wie kommt man jetzt drauf? Klar, Pauka, da muss der Anfang lang sein. Hier bei Meo haben wir Bokalis Ante Bokalem Choripitur. Also dieses E muss kurz sein. Folglich muss das A von Pauka kurz sein. Bei Meo, O muss in diesem Fall ja lang sein. Das ist eben die Endung O, die ja im Auslaut immer lang ist. Genauso bei Gallo. Also es ist nicht wichtig, ob das hier Applativ oder Dativ Singular ist. Stets ist dieses O lang. Bei Gall ist es so, dass nach dem A zwei Ls folgen. Deswegen muss das auch lang sein. Insofern kommen wir bis Gallo ganz gut hin. Bei Set Quai ist es dann auch so. Nach dem E von Set folgen mit D und Q, U zwei Konsonanten. Also D und Q. Wobei Q, U haben wir ja auch gesagt, wird nicht als zwei gezählt, sondern als eins. Dieses A, E ist ein Diphthong, also muss auch lang sein. Und damit sind wir bis hierhin schon gut gekommen. Dann ist die Frage, ist es Legat oder Legat? Es könnte ja auch von Legare kommen. Allerdings, wenn man es eben von hinten jetzt nach vorne geht, beziehungsweise wenn man schon die Übersetzung kennt, beziehungsweise den Satz übersetzt, dann ist klar, das kann nur von Legare kommen, von Lesen. Und somit muss es sich um zwei Kürzen handeln. Und das Ende ist dann auch klar. Und am Ende dann genauso, Carmina. Klar, das ist ja dieses A im Akkusativ-Plural oder Nominativ-Plural, das wir hier haben. In dem Fall Nominativ-Plural, weil Carmina, Dikenda, Sund. Das A von Dikenda muss dann natürlich auch kurz sein. Sund ist lang, weil zwei Konsonanten auf das U folgen. Und dann auch noch das D hier. Dann haben wir von Dikenda das E als langes E, denn es folgen N und D. Also die Silbe ist lang. Das ist vielleicht ordentlicher so gesagt. Dann auch bei Negat, da ist das E lang, weil T und Q folgen. Quiz ist lang, weil S und C folgen. Carmina ist so wie vorne und Gallo ist wie Gallo hier im zweiten Vers. Und so ergibt sich eben dieser gesamte Hexameter. Und der heißt dann Carmina Sund, Dikenda, Negat, Quiz Carmina Gallo. Und wenn man jetzt noch will, weil wir ja vorhin gesagt haben, Dihresen in der Bukolik eben vor allen Dingen nach dem vierten Versfuß, kann man die nämlich mal suchen. Und man findet tatsächlich bei zwei von drei Versen diese sogenannte bukolische Dihresen. Und damit haben wir jetzt alles Wichtige zum Hexameter abgearbeitet und behandelt. Und ich hoffe, das war soweit klar. Wenn nicht, stellt Rückfragen. Und ganz am Ende wollen wir uns vielleicht diese drei Verse mal insgesamt anhören. Und damit endet dann auch das Video. Ex tremunc Artusam ihicon cede laborem. Paucam eo Gallo, set quae legat ipsa Lucoris. Carmina sunt, Dikenda, Negat, Quiz Carmina Gallo. Dikenda, Negat, Quiz Carmina Gallo.